Ja, und Videos auch direkt im Gaming-Mode. Wie geil ist das denn? Ja, hallo mein lieben Steam Deck-Freunde. Heute geht es mal um einen Steam-Klein-Plugin-Manager namens Crankshaft. Eine Alternative, den Decky-Loader stellt euch der XY-Lappen oder XI-Lappen, wir wissen immer noch nicht, wie er heißt, auf seinem Kanal vor, da verlinke ich euch hier. Ja, Crankshaft stellt eine Menge Plugins für euch zur Verfügung, beziehungsweise ein Framework für den Steam-Klein, nicht für SteamOS wohlgemerkt. Da gibt es echt ein paar tolle Plugins, einerseits um Videos aufzunehmen oder GE Proton direkt über Steam oder in Gaming-Mode zu installieren, sowie auch in den Proton-DB mal reinzuschauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr eure eigenen Plugins macht, da hat Crankshaft eine sehr gute Dokumentation meines Erachtens. Ihr müsst euch ein bisschen mit Java-Script auskennen letzten Endes und MPM-Packages. Schaut es euch mal an. Ich bin auch schon überlegen, ein kleines Steam Deck-Checker-Plugin dafür zu schreiben. Mal schauen nach Zeit und Not. Mal gucken. Ja, und jetzt gucken wir uns mal, wie das Ganze installiert wird. Ihr könnt das Ganze in Linux, Desktop, Steam Deck oder Windows installieren. Wir gucken uns natürlich das Steam Deck an. Hier ist mal die kurze Installationsbeschreibung. Links zu der Webseite findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Aber wir installieren das Ganze jetzt natürlich mal nativ auf dem Steam Deck. Und wie das Ganze anhand dieser Anleitung abläuft, das zeige ich euch jetzt. So, ihr geht einmal in die Einstellung hinein. Und dort müsst ihr in die Entwickler-Modus. Dafür müsst ihr in SteamOS bzw. in Gaming-Mode einmal in die Einstellung rein, den Entwickler-Modus aktivieren. Bei mir war er jetzt schon aktiviert. Dann geht ihr in die Entwickler-Einstellung rein und wählt einmal CEF-Remote-Debugging aus. Neu starten müsst ihr nicht, könnt ihr auch später machen. So, jetzt gehen wir mal in den Desktop-Modus hinein. In den Desktop-Modus gehen wir in Discover und suchen einfach mal nach Crank. So, da haben wir auch schon Crank-Shift. Jetzt können wir das Ganze einfach mal installieren. Und während die Installation läuft, warten wir einfach ein bisschen. So, und nachdem das Ganze dann installiert ist, könnt ihr aus Discover rausgehen. Und dann gehen wir mal in die Applications und dort können wir dann einfach mal Crank-Shift starten. Das ist ganz wichtig, sodass es rechts unten auftaucht als Symbol. Und wir können zurück in den Gaming-Modus wechseln. So, und jetzt, wenn wir das Steam-Menü öffnen, sehen wir die Crank-Shift-Settings. Und dort können wir einerseits das Auto-Start-Disable, macht natürlich keinen Sinn. Oder auch mal restarten, sowohl Crank-Shift als auch den Steam-Client, falls es Probleme gibt. Aber viel wichtiger ist ja Get-Plug-Ins. So, wir schauen uns als erstes den Compatibility-Tools-Manager an. Und damit können wir schon mal GA-Proton, dementsprechend direkt in Gaming-Mode installieren, abwählen und so weiter. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir laden das Ganze jetzt einfach mal runter. Ihr seht, es wurde direkt installiert. Und dann gehen wir einfach mal in die Compatibility-Tools und können dort. Wir sehen hier unsere installierten GT-Proton-Version. Die schmeißen wir mal kurz raus, testweise. Dann nehmen wir die 7.2.7-Version, downloaden das Ganze. Das dauert natürlich einen kleinen Moment. Und wenn das fertig ist, starten wir einfach mal das Steam-Deck. Und dann schauen wir weiter. Ja, und dann müssen wir das ganze Steam-Deck einmal neu starten. Das machen wir natürlich. Das ist ja kein Problem für uns. Und wir sehen, da wird etwas installiert, als wir das ganze Steam-Deck neu starten. Paket wird extrahiert, installiert und so weiter. Tritrat, trulala. Und nachdem das Ganze installiert wurde, gucken wir jetzt zum Beispiel mal anhand von Stray rein, wie das Ganze jetzt funktioniert hat. Wir gehen ins Spiel rein, wechseln in die Eigenschaften des Spiels und gehen dort unter Kompatibilität und können dort zum Beispiel eine bestimmte Proton-Version aussehen. Und zack, das ist installiert. Einfacher geht es gar nicht. Wir müssen keinen Umweg gehen über den Desktop-Modus oder irgendwelche Proton-Tricks. Coole Geschichte, das Ganze. Als nächstes schauen wir uns den Proton-DB-Indicator an. Auch eine ganz coole Geschichte eigentlich. Da wird euch ein kleines Symbol angezeigt bei eurer Spiele-Bibliothek. Und zu schauen, wie ist das Spiel eingeschätzt worden von der Proton-DB. Funktionieren nur in den Touch-Modus. So, Proton-DB. Wir gucken mal, ja, The Witcher 3 läuft perfekt. So, dann gucken wir mal das nächste Spiel. Alan Wakes, Nightmare, American Nightmare. Auch da können wir nachschauen. Wie ist es eingeschätzt? Wo muss ich vielleicht noch mal Einstellungen vornehmen? Hier, Gold, Lego City, Undercover. Deshalb geht es ja gar nicht. Leider funktioniert das Ganze nicht im Shop. Weil das coolste Plug-In für mich ist ReCapture. Das heißt, wir können Videos aufnehmen im Gaming-Mode. Inklusive Ton, allem drum und dran. Auch Menüs. Wie geil ist das denn? Wir laden das Ganze jetzt einfach mal runter, installieren das Ganze. Es ist installiert. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. So, wir gehen dann dementsprechend ins Menü rein. Und da sehen wir ein neues Zahnrad ReCapture. Wir können start-recording machen. Da steht auch, dass das Ganze unter Home Deck Video gespeichert wird. Ihr solltet vorher checken. Feicher platzieren. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus mit The Witcher 3. Starten eine Aufnahme und gucken, wie das Ganze ausschaut. Ja, und Videos auch direkt im Gaming-Mode. Wie geil ist das denn? Und wir sehen hier, The Witcher 3 zieht hervorragend aus. Man kann es nicht anders sagen. Es sieht echt gut aus. Klar, die Farben, also rechts, sind ein bisschen blasser, meines Erachtens. Aber um mal zu schauen oder was zu präsentieren, sieht das echt hervorragend aus. Ihr müsst natürlich aufpassen, das Ganze wird in den Einstellungen aufgenommen, die ihr eingestellt habt. Also wenn ihr 40 Frames eingestellt habt, wird es auch in 40 Frames aufgenommen. Das müsst ihr dann für eure Steam Deck Videos natürlich anpassen. Des Weiteren solltet ihr dran denken, wenn ihr sehr, sehr ressourcenhungrige Spiele, also Spiele auf höchsten Einstellungen, aktuelle AAA-Spiele spielt, könnt ihr das natürlich auch schon mal stocken. Das müsst ihr natürlich berücksichtigen, auch wenn ihr N60 Frames 60 Hertz aufnimmt. Deswegen immer notfalls mal gucken, ob die Aufnahme auch geklappt hat, bevor ihr längerer Aufnahmenplan. So, dann schauen wir uns jetzt auch mal die Videos an. Hier, gucken wir mal. Im Dolphin Videos Recapture und da sind die Videos. Die wir jetzt mal aufgenommen haben, testweise. Wir können die auch direkt nochmal abspielen im Desktop-Modus über dem VLC-Playing-Instater. Das sieht doch hervorragend aus. Also um mal ein paar Videos schnipselt aufzunehmen oder nachzuvertonen oder einfach mal Freunden zu schicken. Eine ganz coole Geschichte meines Erachtens. Zum Abschluss nochmal ein paar Disclaimer zum Crankshaft Plugin-Manager. Der Crankshaft Plugin-Manager greift sehr, sehr tief ins System ein. Deswegen passt es auf, welche Plugins ihr euch installiert. In Zweifel googelt noch an. Crankshaft und Plugin-Name und so weiter oder schaut auf Reddit nach. Crankshaft hat auch ein eigenes Reddit-Forum, weil da kann schon jemand, der es darauf anlegt, eine Menge Bock missbauen. Muss man ganz ehrlich sagen. Der kann euch Böses machen. Die Plugins, die ich hier bisher ausprobiert habe, in den letzten Tagen keine Probleme. Da habe ich auch nichts Negatives drüber gehört. Von daher, probiert es einfach aus. Aber wie gesagt, Vorsicht mit unbekannten oder neuen Plugins. Meine lieben Freunde, ich würde mich freuen. Besucht uns auf unseren Discord-Server. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ich würde mich einfach mal freuen, wenn dieser Kanal weiter wächst mit euch zusammen. Euer Steam Deck Checker. Bis denn, meine Freunde. 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 Bis zum nächsten Mal.